Viele trainieren wirklich nur mit Gewichten, vernachlässigen die Koordination, haben keinerlei Körpergefühl und genau das kann man halt einfach bei einem Workout im Freien ändern. Ja, drei, zwei, eins und hoch! Hoch, 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 hoch! Vier! Fünf, fünf, Tempo! Und noch mal alles raus, komm! Noch mal anziehen, anziehen, anziehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020